Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich arbeite hier an meinem Alapin Assassinen Guide und da gucke ich so viele hunderte Partien durch, um Material zusammenzutragen. Da entdecke ich sehr sehr viele schöne spannende Partien, die mir immer wieder zeigen, warum ich so auf die Alapin Variante stehe gegen Sizilianisch. Selbst wenn Schwarz nicht nach vier, fünf Zügen in eine Falle reinläuft, sondern verhältnismäßig normal spielt, entstehen trotzdem schöne dynamische Stellungen für Weiß ohne zu extrem großes Risiko, will ich es mal nennen. Und eine dieser Partien habe ich euch heute mal mitgebracht, nämlich Aliechin gegen Port Gorni, Prag 1943. Und die schauen wir uns heute an. Also, auf geht's. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Falls du diesen Alapin Guide nicht verpassen willst, solltest du meinen Zweitkanal abonnieren, denn dort wird er erscheinen. So, Aliechin hatte die weißen Steine, öffnet mit E4, C5 Sizilianisch und dieses C2, C3 Alapin. So, ähm. Ja, Springer F6 und D5 sind so die Hauptzüge. Natürlich gibt es auch andere Züge, ja. Der Gegner spielt hier mit D5 einen der Hauptzüge, von daher alles wunderbar. G mal D, Dame D5 und D2, D4 Zentrum setzen. So, und hier gibt es natürlich ganz viele Abweichungen und Möglichkeiten, auch in ein oder anderen Ungenauigkeiten von Schwarz, ja, werdet ihr sehen. Springer 6 ist okay, macht hier Druck drauf. Kleiner Tipp, Schwarz sollte nicht zu früh hier auf D4 tauschen, denn dann bekommt der Springer von C1 das Feld, C3, um sich mit Tempo zu entwickeln auf die Dame. Also das ist so ein kleines sensibles Thema, wann und wie man auf D4 tauscht als Schwarzer. Nach Springer C6 ist der D4 angegriffen, der wird mit Springer F3 verteidigt und es folgt Läufer G4 mit einer Fesslung und damit ja auch indirekt wieder dieser Druck hier auf diesen D4. Und hier gibt es jetzt auch die Möglichkeit natürlich hier rauszunehmen auf C5, da gibt es schöne Beispiele. Auch hier ist dieser Abtausch hier zum Beispiel, wir machen mal eine Variante, wenn hier dieser Tausch ein früher kommt und dann Läufer G4 käme, käme auch oder könnte weiß auch dieses interessante Springer C3 spielen, mit der Idee auf dieses Schlagen, hier mit dem Bauern zurückzuschlagen, diesem Bauern D4 abzugeben, sogar die Dame zu tauschen, obwohl man Bauern abgegeben hat, aber dann mit Springer B5. Und dann geht es los, beide Seiten drohen, alles mögliche, weiß hat das Läuferpaar, meistens steht der König hier schlechter, das wird eine Variante sein, die im Guide vorkommt. Ohne diesen Zwischentausch, gucken wir mal eben, sind wir wieder in der richtigen Szene, jawohl. Und wenn Läufer G4 kommt, steht weiß diese Möglichkeit eben nicht zur Verfügung. Aliechen spielt klassisch, Läufer E2, entfesselt den Springer, alles gut. Und jetzt tauscht Schwarz auf D4, gut, und spielt jetzt E7, E6, um Kontrolle über das Feld D5 zu bekommen. Auch sehr nachvollziehbar und sensibel. Weiß entwickelt die Figur, Schwarz entwickelt auch eine Figur, fesselt diesen Springer. Weiß rochiert, entfesselt diesen Springer und die Dame muss jetzt wegziehen und geht nach A5. Und auf den ersten Blick kann man ja sagen, hier erstmal so ganz grob hat Schwarz nichts falsch gemacht, absolut. Und trotzdem entsteht natürlich jetzt eine gewisse Dynamik, denn der Schwarze König ist noch in der Mitte. Er ist noch nicht so richtig rochiert, also noch nicht entwickelt, ja, dadurch kann er eben auch nicht rochieren. Und Schwarz, ja, dieses eine Tempo wird ihm vielleicht irgendwie fehlen. Und Weiß sagt sich, ich versuche die Zeit zu nutzen und spiele hier A2, A3, greife diesen Läufer an. Und, ja, stelle die Frage, was machst du mit dem Läufer? Er könnte jetzt hier, also erstmal in der Partie kam Springer f6 und wir sehen, oh, Fragezeichen, warum, wieso, weshalb, gucken wir uns gleich an. Zunächst einmal, kleine Variante, wenn dieser Läufer jetzt hier zum Beispiel auf c3 schlägt, er könnte ja diesen Bauern jetzt hier einfach gewinnen. Jetzt müsste er, jetzt müsste Weiß sogar noch diesen Turm decken, das macht er mit Läufer b2. Jetzt hat die Dame aber gar nicht mal so wahnsinnig viele Rückzugsmöglichkeiten, nur b2. Und Weiß kann mit Turm b1 jetzt schon den b7, ja, und dann ist dieser Turm super aktiv hier auf der siebten Reihe. Der König ja immer noch nicht rochiert. Und man kann nebenbei jetzt sogar noch mit d4, d5 schön die Stellung öffnen, ja, dieses Motiv auch, wunderbar. Das Feld d4 wird freigeräumt, sowohl für den Springer, als auch vielleicht für den Läufer, für diese Diagonale. Und natürlich nicht zuletzt auch für die E-Linie, ja. Also dieser Zug erinnert mich so ein bisschen an die Partie von, ja, von, wie waren die, von Steinitz gegen Van Badeleben. Genau, in diesem berühmten italienischen Spiel. Ja, und wenn der genommen wird, dann Sprenger d4, jetzt hängt der g4. Und nach dem Schlagen ist es eben mit Schach. Und jetzt kriegt Weiß eine Initiative und, natürlich, man hat zwei, drei Bauern weniger, ja. Aber man hat so viel Initiative, dass es eben wert ist. Und das ist wunderbar. Die Engine zeigt hier auch schon einen Vorteil an für Weiß, ja, plus drei. Das ist aus menschlicher Sicht jetzt erstmal noch ein bisschen viel. Ist auch nicht ganz entscheidend. Aber das Gespür für Dynamik, das kann man hier, glaube ich, gut erahnen. König in der Mitte, E-Linie offen, der Turm hier auf der siebten Reihe, ja, und so weiter und so fort. Viele, viele Möglichkeiten. Und um das zu vermeiden, gehen wir wieder in unsere Partie zurück, hat Schwarz halt dieses Sprenger f6 gespielt, weil er sieht, okay, ich muss ja hier den Läufer nicht abgeben und damit die schwarzen Felder sprechen. Denn der Turm ist ja ungedeckt. Der kann ja gar nicht auf b4 schlagen. Okay. Aber Al-Jerchin ist natürlich auch bekannt dafür, dass er ein guter Taktiker ist. Oder war bekannt dafür. Und er spielt hier den Zug d4, d5. Und auch hier wieder, die Mitte wird geöffnet, bevor der König zur Rochade kommt. Auch hier müssen wir natürlich wieder mal eben ganz kurz eine kleine Beispielvariante gucken. Was passiert, wenn dieses A-B4 hier ein früher kommt? Und dieses Qualitätsopfer, das ist ein durchaus häufiges anzutreffendes Motiv. Man opfert eine Qualität mit Weiß, ja. Aber erstens, die Dame steht auf A1 sehr, sehr außerhalb des Spiels. Sie hat auch gar nicht mal so wahnsinnig viele Rückzugsfelder, wie wir sehen. Das heißt, man hat eine Qualität weniger, aber spielt mit einer Dame mehr, so mehr oder weniger. Hier ist eben ganz konkret auch das Problem, dass Weiß jetzt den Läufer möchte irgendwie rausziehen, ja. Und dann die Dame fangen. Nach Läufer f3 droht aber der d4 schon zu fallen. Also wird der erst gedeckt. Schwarz muss die Dame für zwei Türme geben. Der Läufer hängt hier. Der wird zurückgezogen. Und nach b5. Sehen wir, dass Schwarz so gerade rechtzeitig noch zur Rochade kommt. Weiß hat das Läuferpaar. Und hat auch eine gewisse Kombination. Aber am Ende des Tages haben wir natürlich Dame gegen zwei Türme. Schwarz überlebt hier auf jeden Fall. Knapp, aber hat überlebt. Und jetzt gehen wir nochmal in unsere Partie nämlich zurück. Wo weiß, hier erst mit d4, d5 noch einmal dieses Feld, die E-Linie und so weiter räumt. Schwarz schlägt hier auf d5. Und jetzt schlägt Allianchen hier auf b4 und sagt sich, okay, jetzt ist der besser als eben. Warum? Nun zunächst einmal Qualität weg. Ja, okay. Aber weil jetzt die E-Linie offen ist, haben wir noch eine zweite Möglichkeit mit Weiß. Wir können nämlich den Springer hier über d2 nach b3 manövrieren. Diese Dame angreifen. Und dann kann sich die Dame hier eben nicht für den zweiten Turm auch noch opfern. Sondern ist einfach nur, ja, quasi die Dame weg. Ja, gegen eine leichte Figur. Außerdem hängt hier auch noch der g4. Und wenn der getauscht wird, so wie in der Partie, kommt halt die Dame mit Tempo auf die E-Linie. Springer e7. Okay, versucht die E-Linie zu schließen. Aber Turm e1 und schon sehen wir, upsala. Es droht nicht nur Matt, der König steht dahinter. Schwarz hat keine Wahl. Er muss hier quasi rochieren, damit der König so ein bisschen in Sicherheit kommt. Aber natürlich auf Kosten einer potenziellen Figur hier. Alliachin sagt sich, ja, ich könnte natürlich die Figur nehmen. Allerdings auch nicht wirklich, ja. Und das schauen wir uns mal eben als erstes an. Also wenn Dame e7 käme, das muss man als Variante machen, dann käme nämlich Turm a, upsala, der e1. Uh, das wäre bitter. Und deswegen geht das Schlagen auf e7 noch nicht. Und es kam in der Partie Springer b3. Okay, jetzt ist die Dame angegriffen. Wie viel Pferde hat die Dame? Oh, auf a6 noch, eins, so gerade noch. Okay, jetzt haben wir die gleiche Problematik, dass nämlich auf e7 wieder Turm a, e8 kommt. Aber wir tauschen die Dame und können jetzt auf e7 die Figur zurückgewinnen. Und jetzt sehen wir, was ist hier passiert. Ein bisschen komisches Materialverhältnis. Nämlich Springer und Läufer gegen einen Turm bei komischer Bauernstruktur und so weiter. Letzten Endes sind aber zwei Figuren, weil hier gar nicht so viele Linien offen sind, viel, viel besser als der Turm. Es kam Turm a, b8. Versucht den Turm zu aktivieren. Nachvollziehbar. Und Schwarz sagt sich, ja, lieber, lieber Bauern abgeben hier auf der siebten Reihe. Dafür aber meinen Turm aktivieren. Das ist ein guter Grundgedanke. Allerchen sagt sich, ich möchte aber nicht, dass du offene Linien für deine Türme bekommst. Und spielt b4, b5. Und opfert diesen Bauern hier quasi. Gibt den ab. Aber dadurch ist eben der Bauer auf der b-Linie versperrt im Turm. Weiß bekommt jetzt den a-Bauern. Und jetzt sehen wir, im Grunde hat Schwarz sogar einen Bauern. Bauer und Turm gegen zwei Leichtfiguren. Also materiell sogar einen Ausgleich sozusagen. Aber, und jetzt geht es eben um die Aktivität der Figuren. Und hier ist ja, sobald Weiß es schafft, den Läufer nach e3 zu stellen, dann habe ich das Feld d4 kontrolliert. Und dann hat Schwarz zwei potenziell schwächere Bauern. Das ist einfach so. Auch d4 nutzt einfach nichts. Weiß bekommt die Kontrolle über d4. Das Feld c2 kann im Grunde jederzeit gedeckt werden durch Springer d4. Allerchen bereitet erst mal den Vormarsch des Königs vor. Schwarz versucht jetzt doch zu tauschen den Turm, damit der Turm nicht irgendwann mal irgendwie auf die Bauern drauf geht. Und obwohl kein Turm mehr auf dem Brett, stehen die weißen Figuren. Und ihr seht, der König kommt auch noch dabei. Der D5 ist angreifbar. Und, oh wunderbar. Der König kommt nicht nur aktiv dabei, der nimmt natürlich hier im Zweifelsfall auch noch Einbruchsfelder weg. Und dann können sich alle Figuren irgendwie auf die schwarzen Schwächen stürzen. Und deswegen mag ich auch diese Alapine-Variante so sehr. Schwarz hat ja nicht so extrem viel falsch gemacht. Aber es gab ein schönes taktisches Gemetzel. Und es entsteht ein Endspiel, die einfach vorteilhaft sind, wo weiß mehr oder weniger risikolos auf Gewinn spielen kann. Ja, ich weiß, wenn ihr die Engine anschmeißt, zeigt die gar nicht so einen großen Vorteil an. Also die zeigt natürlich einen Vorteil an. Plus 2 ist natürlich jetzt für unser 1 noch nicht immer spielentscheidend. Aber es ist sehr, sehr einfach zu spielen für weiß. Denn nach Turm C8, ja, König D3, das Einbruchsfeld wird kontrolliert. Und Schwarz versucht, G5 zu spielen. Und dann kam Springer H5. Und jetzt hängt der G5. Und hier hat Schwarz überraschend früh die Partie aufgegeben. Das fand ich auch ein bisschen sehr früh. Wir schauen uns mal ein, zwei mögliche Fortsetzungen an. Wenn Schwarz jetzt mit H7, H6 diesem Bauern deckt. Wie könnte das Spiel weitergehen? Nun zunächst mal Springer F6. Und jetzt Läufer E3. Und jetzt haben wir mit Schwarz natürlich diverse Möglichkeiten. Wir könnten hier auf F6 schlagen. Dann hängt der B6. Und jetzt sehen wir, ist der B4 natürlich sehr, sehr schwach und gefährdet. Der Läufer kann sich über C5 auf diesen B4 stürzen. Kann sich dann sogar nach C3 zurückziehen, wo er noch wunderbar gedeckt ist. Das Feld D4 unter Kontrolle hat. Dann können sich alle weißen Figuren auf den D5 stürzen. Und man hat sogar noch ein Freibauen auf der B4. Auf der B-Linie. Entschuldigung. Und das ist natürlich sehr, sehr, naja. Einfach zu spielen und ich spiele auf zwei Ergebnisse quasi. Was aber passiert, wenn der Springer hier wegzieht. Entschuldigung. Na, Frosch im Hals. Dann kommt Läufer D4. Deckt nicht nur den B2. Und dann sehen wir, wie dynamisch, wie super dieser Brett, dieses Läufer hier, dieses ganze Brett beherrscht. Es droht ein Abzugsschach. Okay. Ja. Und jetzt nehmen wir einfach diesen Bauern weg. Und jetzt ist nicht nur der D5 weg. Jetzt ist ja auch noch der B4 quasi mehr in Gefahr als alles andere. Quasi so gut wie weg. Ja. Und dann haben wir die gleiche Problematik. Der Läufer deckt diesen Bauern B2. Und weiß wird natürlich noch ein bisschen brauchen. Ein bisschen Technik beweisen müssen. Aber hier spielt er mit dem B-Bauern natürlich ziemlich einfach auf Gewinn. Und das wollte sich Schwarz einfach hier in der Partie jetzt nun mal nicht zeigen lassen. Okay. Deswegen hat er hier nach G5 und Springer H5 auch direkt aufgegeben. Etwas früh, aber soll den schönen Eindruck dieser Partie nicht schmädern. Denn wir hatten viele schöne taktische Feinheiten, paar Öffnungsfeinheiten, Übergänge ins Endspiel. Und soll mal stellvertretend dafür stehen, warum ich diese Alapin-Variante so gerne mag. Sehr, sehr vielschichtig und immer was los. Und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen begeistern auch für diese Alapin-Eröffnung gegen Sitzlianisch. Und das war es erstmal für heute. Ich sage besten Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen einfach in den Kopf. Bis später. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.